Ein Lader leistet einen großen Teil zum Umweltschutz, weil er der ist, der Müll noch retten kann, wenn Fehlwürfe vorkommen. Ein ganz typischer Arbeitstag ist, wir fangen um vier in der Früh an, dort fahren wir meistens schon weg und ab dann geht es eigentlich an die Haussammlung, wo wir von Haus zu Haus fahren und die Kübel einladen. Dann gegen 8 Uhr haben wir dann unsere Pause, eine Dreiviertelstunde, da setzen wir uns hin und wieder wohin oder wir essen im LKW und danach geht es weiter mit der Haussammlung. Am Kundenkontakt gefällt mir am meisten, dass die Leute sich einfach wirklich darüber freuen, wenn wir vorbeikommen und einfach immer, wenn die Kinder noch mit total begeisterten Kinderaugen zuschauen, was da gemacht wird und wie das funktioniert, weil es so ein großes Auto, was ist da überhaupt los quasi. Mir macht der Job Spaß, weil man jeden Tag woanders ist, man sieht sehr viele Ortschaften, man sieht sehr viele Umgebungen, man ist immer an der frischen Luft, man hat viel Bewegung, gerade als Student ist das Gold wert. Es ist einfach schön, auch was Gutes zu tun, indem man Abfall abholt. Ich habe mit dem Früh aufstehen kein Problem, das beste Erinnerung finde ich einfach, dass ich um 1 Uhr fertig bin und noch den ganzen Tag vor mir habe. Wenn du einen abwechslungsreichen Sommerjob suchst, bewirb dich jetzt beim Schaubermachen.